Seid begriest, das ist Proste Jiddisch und ich, ich heiße Esther. Heute auf dem Podcast haben wir sehr ein schöner Meister von einem Gast in Berlin und ich entfahre ein paar Fragen wegen Jiddisch in meinem Leben. Great? Gut. Lass uns hören von unserem Gast, Joel Blecher. Schole malachem, ich heiße Joel Blecher. Ich bin ein Professor von Geschichte in Washington, D.C. Hi, Jör. Woin ich in Berlin mit meinem Mischbuche? Ich schreibe hier ein Buch wegen der Geschichte von Islam und Gewerzhandel bei dem Wissenschaftskolleg. Ich niz Arabisch war mein Forschung. Alsoi, nu, war was? Paterin ich mein Zeitlernen sich Jiddisch ajor in Berlin. War was? Nicht kein Ahnung. Meine Bobeseydes erste Sprach ist gewinn Jiddisch. Aber sie haben nur euch gelernt, meine Eltern und meine Geschwister, a purwärter. Schleppen, quetschen, schwitzen, punnen. Und euch weh ist mir und euch weh ist mein Welt. Ich habe zwei Kinder, Aria und Hathorn. Aria sechs. Hathorn ist zwei Jahre alt. Schole malachem, ich heiße Aria. Ich wohne in Berlin mit meinem Bruder Hathorn. Und ich höre Deutsch und ein bisschen Jiddisch. Die Kinder haben Hanno von Lernen sich Jiddisch, weil es ist so ähnlich zu Deutsch. Zum Beispiel, anstatt, das ist lustig, sagen sie, das ist lustig. Anstatt, genau, sagen sie, genau. Wenn Aria hat das gesagt zu ihr Väter Jankiv, hat er gesagt, Taka, genau weh. In dem Gegend, wo wir wohnen in Berlin, haben gewohnt, Walter Benjamin und eine Sache anderer berühmter Jidden, vor dem wie die Nazis sind gekommen zur Macht. Unsere Bahnstazie ist Grinewald. Von wohnen täusender Jidden von Berlin sind geworden, deportiert. Heute wohnen wir mit der Bahn in Aria und Hathorns Schule in Wannsee, leben dem Wannsee-Konferenz-Häus, wo die Nazis haben planiert, dem Roben. Aria und Hathorn sind die einzige Jidden in der Schule, in der Villa, wo die jüdische Kunstkollektorin Margarete Oppenheim hat am Moll gewohnt, er der die Nazis haben gegeben wird ihrer Kunstwerk. Dem Winter in der Schule habe ich gelernt, habe ich gelernt, Aria und ihre Schulfreind ein Jiddischlied und Tanz. Ich habe gesungen die Werte. Lohm mir alle singen, Lohm mir alle springen, und Lohm mir alle tanzen im Korn. Ich habe gefragt, weißt ihr etwas von die Werte? Singen, springen, tanzen, haben ihre Schulfreind ausgerufen. Wir haben getanzt und getanzt in der Kreis, und zum Sof haben ihre Schulfreind geschrien, noch am Moll, noch am Moll. Efter zu lieb, dem bettere ich mein Zeit mit Jiddisch und öffne ich dem Tier für meine Kinder. Um und um wo ich gehe, gefühne ich Monumenten von Teut und Verlust in Stein und Bronze. Aber die jiddischen Werte fliehen von meinem Moll und die Luft von mir tanzen in der Kreis, lustig und freilich, und der noch mit der Pflicht bleibt von See kein Sport nicht. Noch am Moll, ich sag, noch am Moll. Goar schön und rierendig, Joel. A Dank. Als man will, lernen sich a bissl mehr wegen Joel. Gita guckt in nem Transkript. Sein Werk wegen islamischer Geschichter seht euch goar interessant. Joel hat mir geschrieben, als es wird ihm sein interessant zu hören a bissl wegen mein Meister mit Jiddisch. Er hat gehatt etliche Frages von mir, wegen Jiddisch in meinem Mischbacher, lernen sich Jiddisch und a so weiter. Is? Ich will entfern auf ein paar von die Frages. Jiddisch in der Mischbacher Meine Papa säte seinen gewähn Jiddisch-Schredders von Peulen, aber wenn ich bin gewähne Kind, hab ich nur gehört a paar jiddische Wörter in der Heim. Meine Tate hat nicht geredt, kein Jiddisch, und die Mames Älteren seinen gestorbenen Jungen zum Badeuren. Später is die Mama geworden mehr verinteressiert mit Jiddisch und is gegangen auf den Jiv-O-Summer-Kurs mit mein Schwestern. Aber demmal hab ich nicht getracht zu viel wegen dem. Jiddisch is gewähne ebbes fahrzei. Wie er sei, ich bin gekommen zu Jiddisch. Mit ein paar Jahre später hat die Schwester angehoben, zu lernen die Kinder in unserer Mischbache Jiddisch. Das heißt eine Gruppe kleiner Cousinen. Einmal hab ich da führen mein Plymenikis von Schule in Jiddisch-Klasse rein. Ich bin geblieben mit sie und hab bemerkt, das ist takaschein. und ich hab gut verbringt dort mit die Kinder lernen sich Jiddisch. Ich hab damals gehad ein bisschen freie Zeit und hab sich gefragt, warum nicht lernen sich ein bisschen Jiddisch. Ich hab angehoben mit Jiddisch Pop und bald nachdem hab ich gehad Muzzle und hab gekannt fahren auf einen intensiven Kurs. Ja, Jiddisch hat mich gekappt und von dem old an hab ich sich gelernt Jiddisch wo nur ich kenn in Universität, Abendklassen, Lektions und allein in der Heim. Ich hab sich angehoben zu lernen Jiddisch mit acht Jahren zurück und ich mein also ich will kein wohl nicht aufhören. Joel hat gehad noch Fragen wegen die Motivation Inspiration und viele wegen Schaffen auf dem Podcast. Ich will einmal weiter entfern. Als ihr habt euch Fragen von mir oder ihr wollt sein a Gast schickt mir a Blitzbrief prosto jiddisch bei gmail punkt com und wie allemal teire zu hören a dank waren zu hören bis mir treffen sich wieder seid gesund und stark